tag elf und heute spiele ich mal etwas früher als sonst 8 45 sonst ist man schon eher nachmittag aber ja heute war mir irgendwie danach was wollt ihr denn jetzt essen diese vögel machen mich noch richtig verrückt gut kann ich etwas ernten am stein nein anscheinend nicht immer zu charlotte und fragen was sie heute möchte also ich bin ja ein recht entspannter bärm aber ich bin auch ich bin hier auch für die sicherheit zuständig und wenn ich dann sehe wie du mit einer machete rum fuchtelst die halb so groß ist wie du dann werde ich etwas nervös es ist nicht meine aufgabe die vom hacken abzuhalten aber ich dachte mir wenn du schon so eine klinge hast dann sollte sollten wir dafür sorgen dass sie auch qualitativ hochwertig ist auf den seiten die du gefunden hast steht eine anleitung für eine verstärkte machete hier ist die materialliste du weißt was du zu tun hast ja ich dachte dass wir als nächstes die machete aufstufen brauchen nur drei silberbarren dafür das ist ganz gut denn so viele haben wir auf jeden fall liegen das waren schon drei also diese aufgabe war jetzt wirklich super easy das wäre es verbrennen ist alles zusammen sie die klinge durch den rauch hätte ich das ist eine qualitativ hochwertige machete weißt du als ich noch ein bären junges war hatte ich nichts weiter als ein taschenmesser bevor ich es benutzen durfte musste ich an sicherheitstraining absolvieren und jetzt stehe ich hier und überreiche dir einfach so eine rasiermesser scharfe klinge bitte sehr vorsichtig ich möchte das nicht bereuen keine sorge ich passt schon auf glaube ich okay jetzt haben wir schon fast zwei herzen bei charlotte das ist richtig gut leider gibt es heute kein geisterholz bei ihrem wenn auch heute glaube ich nicht die nächste stufe bei flamme erreichen aber naja so haben wir da oben ist ein busch sehr schön wenn ich gleich mal schauen was er so daraus kriegen das ist schon das bessere ist noch ganz normales grünzeug ok würden vielleicht schon das stärkere kriegen so erlassen was heute mit ihrem hallöchen augenstern gestern habe ich mit habe ich mit ein paar muffins vom vortag gotcha gespielt und dafür mir etwas merkwürdiges auf aus einem der muffins ragt ein seltsamer wimpel irgendwie hatte ich ein stück papier den teig gemischt das passiert bis sonst fast nie es war eine seite eines alten geistfinderhandbuchs wäre das was für dich den teig habe ich zum großen abbekommen viel spaß damit auch ich kriege heute einfach so was von ihr er stimmt hier ist auch gar nichts los ok ja das ist noch nicht wichtig aber wird irgendwann wichtig sein von daher legen wir das mal hier ins lager ich habe auch glaube ich irgendwo schon nur urkunde liegen da vielleicht auch nicht doch hier liegt doch eine also ich sag mal urkunde ich meine einfach nur seite da unten will jemand eine walnuss lauf nicht weg der richtige genommen ja so du gibst mir eine essenz das ist nett und der andere wollte glaube ich eine süßkartoffel die ich auch habe muss nur wieder auftauchen oder fällt mir auf ich habe tatsächlich eine lampe dabei ja okay das gefällt euch nicht dachte ich mir nehme ich sie wieder auf und stellt die lampe alt hier unten hin und dadurch auch noch ein bisschen radios erhöhen nur minimal aber naja und dann haben wir hier noch ein physales strauch der tatsächlich auch rustikale deko möchte also das ist ideal das ist eigentlich super und dann der sich selbst oder was na gut ich habe schon wieder sehr sehr viel ist dabei so dass ich hier vielleicht welche weg legen ach ja und ich war gestern noch ein bisschen unterwegs in der gegend um vielleicht ein paar sachen zu fahren aber hat er auch nicht so viel lust aber ich habe eine neue muschel gefunden geben wir es gleich mal beim kapitän ab so von ihm kriegen wir auch noch mal eine geister essenz ist in ordnung jetzt gehen wir erstmal zum kapitän geben unsere paar sachen ab dass auch noch eine muschel und hier und ich weiß jetzt auch wie wir an eier kommen und zwar verkauft pandan welche meistens ich glaube nicht immer aber meistens einem kommt aber nur mittwochs also da müssen wir ein bisschen warten so das kann ich beides spenden und ich kann auch hier die essenz spenden mache ich das mal also diese muschel ideal dann haben wir hier verlingen und wir haben eine weitere essenz die auch ein rezept dafür nice essenz eines fröhlichen wichtiges doch das lernen wir gleich war sehr schön gut dann würde ich sagen gehen wir mal zu den anderen bären zwar zuerst zur bürgermeisterin jetzt habe ich hier noch mal was was habe ich jetzt auch schon zweimal kann ich also auf jeden fall verkaufen und weil hier sonst noch irgendwas rumliegen sie nicht so aus okay valentine du bist aber noch farbig also hast du dich schon eingelebt ich an unserer an dich an unsere stadt gewöhnt hast du schon die gedenkstatue unserer stadt gesehen eindruck nicht wahr und ursprünglichen entwurf sollte der stadtgründer griswold sie grove allein am bug eine schiffe stehen aber welche message vermittelt das denn bitte städte werden nicht nur von einem bären allein erbaut nein es ist die gemeinschaft die cozy grove so besonders macht also sorgte ich dafür dass alle 29 siedler darauf zu sehen sind einschließlich des sechs monate alten jungtiers das auf see geboren wurde wie sie das boot an land rudern gemeinsam musste ich zugeständnisse machen aber natürlich musste ich eine kleine werbefläche auf der tafel verkaufen ja musste ich ein wenig maisstärke in den zement mischen um den preis zu senken ja und frag bloß nicht nach dem mischverhältnis aber ich habe die statu hinbekommen und dank mir kann man jetzt sehen dass in cozy grove jeder wichtig ist mhm okay interessant wie dem auch sei ich habe gerade inventur im geschenkeladen gemacht und dabei diesen grauenhaften becher gefunden er passt ganz und gar nicht zu unserem saisonalen thema vielleicht hat ihn ja einer der strandbären in der stadt vergessen gib ihm bitte seinem eigentümer wenn du ihn findest okay noch ein grogbecher ist in ordnung da sehen wir auch nochmal hier die statue sehr interessant okay ja aber jetzt habe ich irgendwie das problem ist heute niemand wirklich was möchte patrice bitte du musst was haben für mich ja du hast ne du bist francesca aber sie möchte trotzdem was meine mitbäume haben letzte nacht geflüstert sie sagt mich etwas wichtiges verloren und es sei an der zeit es zu finden du gehörst doch zu den geist wenn er nicht warm du hast gelernt mit den armenwurzeln zu reden vielleicht können sie dir eine vision schicken ein bild von dem was ich verloren habe mein nachbar meinte das ding sei bei einem tisch in einer sitz nische ja ich schaue gleich mal dass wir hier den wicht füttern eine große essenz anscheinend und was möchte sie noch mal haben die francesca starte bei einem tisch in einer sitz nische das ging sehr nach der ecke bei allison jetzt ist als sprichwort wenn du ein hammer hast sieht alles aus wie ein nagel nun ich habe einen hammer und nichts sieht auch nur ansatzweise nach einem nagel aus was für ein bastler bin ich denn bitte ohne nägel schachtel nägel finden suche in der nähe eines haufens aus einkaufstüten und paketen ok so zu patrice wollte ich noch ein wunderschöner tag heute nicht wahr post helferchen und sie da mal wieder bin ich an meinem schreibtisch gekettet ich nehme an meine geisterhafte bestrafung ist es dieses tolle wetter zu genießen es regnet allerdings mache ich machen es mir die ketten schwer pakete einzusammeln könntest du mir da vielleicht helfen ja natürlich ich bin sehr gewohnt auch gott ist das viel vielleicht habe ich es bei einem vorratsregal verloren hinter etwas suche in der nähe einer skulptur aus sein ein wicht hat diesen gegenstand ok irgendwie erinnere ich mich an so ein teil war das beim kaputten ruderboot ja gut ich war eben noch ein einkaufen so und jetzt wir sind ganz viele wichter war keiner der mir hilfe helfen kann ich habe das geführt machen wir keine gute progression so ein bisschen salat wieder und hier irgendwo habe ich die hoffnung zu finden was ich suche es war ein großes geströp ich habe sogar das gute geströp gefunden sehr interessant sie habe ich auf jeden fall sitzen nischen und du bist wie du bist kein größer ach hier ist auch der stamm alles klar ich habe eben bei ihr was backen und zwar hier jedes blatt gemüse so kriegen wir mit hilfe des post wären sind ordnung immer noch hier kurz ziehen hier habe ich zum beispiel ein loch dann habe ich hier einen laubhaufen mit stock ok noch ein loch süß kartoffel auch in ordnung aber ja nicht ganz das was wir suchen aber geht zum strand da finden wir mit sicherlich das ruderboot ja hier ist ein geschenk sehr nah ist und alles das ruderboot da ist das nächste geschenk der rucksack ist voll ich mal die essenzen hin und wo habe ich die grog becher hingelegt ich weiß es gar nicht mehr egal ich einfach noch ein hierhin so und nehmen wir hier unten das paket mit ist auch noch was interessant und noch ein geschenk nice zum leben schauen bei einem vorratsregal du hast auf jeden fall etwas für mich ich kriege ich auch perfekt so kann ich dich mitnehmen ist das du und spenden kann ich glaube ich auch nicht doch kann ich das den neuen salat und das hier nein so für 200 münzen und noch salat spenden bitte ok wenn gleich aber eben kurz zu herrn kidd gehen um ihm ein paar jetzt bliche schon wieder eingesperrt ich war oder was das nervig ok war nicht ganz schlimm aber trotzdem nervig ich kann mir eben den bären bei francesca abgeben zwei augen zwei ohren eine schnauze und trotzdem ist es aus holz gefertigt was bedeutet das oh kleine fauna jetzt verstehe ich ich war ein wenig verwirrt das wird jetzt vielleicht etwas überraschen aber ich bin eine bärin eine künstlerin und zu meinen lebzeiten habe ich diese statue geschnitzt alles klar kriegten geisterholz ja diesmal kriege ich eins ok dann gehen wir das auch sofort ab nehmen wir erstmal auch hier das geld mit und ich würde schon mal eben nach einem tipp fragen nämlich nicht ewig suchen muss also erstmal das geisterholz abgeben das macht ja auch wieder ein bisschen platz im inventar noch 21 gibt es heute auch noch nur eins sagt man und das ist das was ich von dingens kriege um kapitän bei ihm gibt es anscheinend auch noch irgendwas was ich sammeln kann ach hier ist noch der verzeiht wann ist der denn da das weiß ich so schwer immerhin so noch ein geschenk jetzt wird mir nur noch ein geschenk bei dem vorratsregal ja das bin ich aber nicht super dann komme ich irgendwo wieder raus nice auch eines in der nähe eines einer einkaufstüte ist das bei der bürgermeisterin ok das letzte paket aber auch gefunden ja das haufen aus einkaufstüten auch hier ist noch mal gestrückt da oben liegt der nein kein platz das darf nicht sein ja liegt mir den ast hierhin so da mal eben kurz meine wünsche gute ausrüsten was wir nichts angezeigt doch ganz in der nähe sogar halt war halt alles kalt warum ist es alles kalt nach unten muss ich okay ja nice kann ich jetzt nicht mitnehmen ist auch nicht so wichtig und gleich ein bisschen mehr platz wenn wir bei trieß waren erstmal zu jeremy einen nagel nachdenklich weißt du wenn alles so aussehen würde wäre die welt eindeutig zu spitz alles klar hast du heute nur geld ja gut aber das war ja zu erwarten weil hier schon er war ja kein geist heute also erstmal ein geist aber er war nicht geisterlich und auch bei patrice werden wir heute glaube ich kein geisterholz kriegen ja auch er ist nicht geisterlich drei für leistungsschwund du bist auf dem besten weg zu einer stein karriere im postgeschäft ja super nice mein traum so und jetzt zu meinen briefen jetzt kriegen wir hier jedes blattgemüse große skulptur ornament das blattgemüse ist auch noch von gestern habe ich auch noch in auftrag gegeben auf screen ja das war's für heute erstaunlich schnell ging das zu einmal füttern auch ich dachte der vogel hat sich vermehrt aber nein das ist gar nicht so einmal ernten er hat eingelegt jetzt will irgendwas eingelegtes haben ich weiß auch nicht wie ich das mache und das sieht mir aus wie mehl aber aus nüssen ich frage mal eben kurz oben bei unserer bäckermeisterin aha hier gemischt salat geisterbild essenz und salz habe ich glaube ich alles bis auf salz als habe ich glaube ich schon alles ausgegeben und habe ich doch was noch was im lager ja dann würde ich sagen sind wir fertig für heute ich verkaufe noch ein paar sachen mehr gibt es heute nicht zu tun es war ein sehr ereignisloser tag wird sehr wenig geister holz sehr schade ich verkaufe den salat 240 münzen ich glaube ich verkaufe meine champignons weil ich habe davon ihnen auch so viele und natürlich die muscheln nur niemals die eier verkaufen die sind wichtig okay ja dann sind wir fertig für heute interessant kann ich gar nicht glauben leute bis dahin nur das beste